Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Ice Age Weber. In der letzten Folge wohnen wir der Golden Gott. Yeah, guck mal das sind wir. Da steht nämlich me und das lässt darauf schließen, dass wir jetzt der Golden Gott sind. Yay. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal eine Challenge, weil wir sind schon der Golden Gott. Mehr als der Goldene Gott kann man nicht sein, doch eigentlich schon. Aber wir haben dadurch, dass wir der Schlüssel und den Cliffs freigeschaltet haben, den Familienmann Challenge freigeschalten. Und deswegen spielen wir die jetzt einfach mal. Aber in dieser Challenge ist das nämlich so, dass wir nicht angreifen können. Dafür haben wir unsere ganze Familie um uns rum und die schießt dann für uns. Das wäre einmal Brother Bobby, Sister Maggie, Mr. Seggie und das Golden Baby. Und sonst haben wir noch BFFs, Dad's Key und das war's. Mehr haben wir gar nicht. BFFs macht halt, dass unsere Begleiter größer sind und dann auch mehr Schaden machen. Und Let's Key öffnet, wie schon irgendwann mal gesagt, alle möglichen... Oh Gott, die Challenge wird ja richtig schlimm werden. Okay, schauen wir mal. Alle Geheimräume und auch Supergeheimräume, Geheimräume und Shops etc. Das heißt, wir werden an sich keine Schlüssel mehr brauchen. Aber, ja doch, halt für Thronen und sowas. Denn Thron und... Äh... Thron... Thron und Thron kann man mit dem Schlüssel nicht öffnen. Äh, noch irgendwas. Hier, Angel Rooms und Devil Rooms kann man auch nicht öffnen damit. Obwohl das viele von euch meinten irgendwie in den Kommentaren, dass das gehen würde. Aber es geht nicht, nein. Mit dem Schlüssel kann man nur halt alles öffnen, aber nicht das. Nicht sowas. Lemon Party, okay. Solange so einfache Gegner kommen, ist das ja alles okay. Aber diese Challenge ist super geil, weil, wenn wir sie schaffen, dann würden wir den Epic Fetus freischalten. Und wenn man den Epic Fetus hat, dann ist man einfach... Dann hat man gewonnen. Hat man gewonnen, Leute. Man kann dann gar nicht mehr verlieren. Das ist einfach das OP-ste Item im ganzen Spiel. Ja, ja, das hieß das. Dann hat man gewonnen. Weil das einfach... Da kommt dann immer so ein Missile von oben runter. Oh nein. Hilfe, Hilfe. Gut, dass wir das Wotten Baby haben, sonst wäre das echt nervig. So. Lois, meine... Meine Familie greift an. So, hier nochmal den Seed, obwohl der, glaube ich, gar nichts bringt. In der Challenge. Und was sonst? Ähm... Äh, wir müssen, um diese Challenge zu beenden, bis zu... Isaac, komm. Isaac müssen wir besiegen. Und dann haben wir die Challenge geschafft. Hier kriegen wir schon mal Game Mini. Das ist doch schön. Dann kriegen wir... Was kriegen wir denn von dem? Gab's da nicht immer irgendwas, was man sowieso bekommen hat? Weiß ich nicht. Oh, eine Challenge nur mit dem Wotten Baby wäre doch auch witzig. Na, nicht wirklich. Müsste man halt die ganze Zeit warten. Aber das wird auch gehen. Immer nur eine Fliege so zur Zeit. Geht. So. Haben wir geschafft. Kriegen eine Spritze. Was auch immer das für eine Spritze ist. All sets up. Nice one. Bringt uns leider nicht viel. Naja. Wir könnten... Wir müssten eigentlich unseren Schlüssel ein paar Mal öfters benutzen. Hier ist scheinbar kein Geheimraum. Aber wir können den ja auf jeden Fall nochmal aufladen. So, eine Trollbamme. Die könnte... Okay. Ja, gut. Und ich glaube, man muss mit Dad's Key auch an der Stelle sein, wo man den Schlüssel dann haben möchte. Das heißt, man kann den nicht einfach pro Ebene einmal einsetzen und dann ist alles offen, sondern... Man muss halt auch in dem Raum sein, wo das alles geschehen soll. So. Ähm, dann hätten wir noch ein Leben, wenn wir da reingehen. Aber ich will da rein. Warte, nee, hier war ja noch ein Leben. Okay. Dann gehen wir da natürlich rein. Ah. Mit dem Risiko, dass wir da drinnen sterben. Aber sind wir nicht. Von daher alles gut. In den Shop müssen wir an sich nicht reingucken, weil da sowieso nichts Gutes sein kann. Das Einzige, was wir noch machen können, ist nachher einen Geheimraum wirklich suchen. Da ist er. Da ist er ja. Haben wir ihn auch gefunden. Ja, das ist meine, meine Begleiter. Ihr seid Geschwister und arbeitet super toll zusammen. Ihr seid super toll. Ja, wir sind leider blind, deswegen können wir halt nur Schaden machen mit unseren Begleitern. Aber das ist ja kein Problem für uns. Wir schaffen das trotzdem. Und ja. Ja, so ist das. Äh, kommen wir da auch rein mit nur, mit nur einem Dead's Key. Das probieren wir gleich mal aus. Sobald er wieder voll ist. Aber wir kriegen irgendwie keine... Ist da wohl der Geheimraum? Tatsache. Das war ein nettes, was? Das war richtig perfekt gesetzt. So, wir kriegen irgendwie keine Räume mehr, wo irgendwie Gegner drin sind. Dann können wir Dead's Key natürlich auch nicht einsetzen. Vielleicht da noch der super Geheimraum. Oh, das wäre zu schön gewesen. Da ist noch ganz viel Geld. Komm, das holen wir uns. Das gönnen wir uns. Dann können wir auch mal in den... Äh, in den... Da ist noch mehr Geld. Oh, hier gibt es ja richtig viel Geld auf dieser Ebene. Werden wir auf jeden Fall mal in den Shop reingucken. So, bei diesen Fleischdingern habe ich immer Angst, wenn ich sie nicht töte, dass sie wieder verbacken. Und jetzt habe ich keine Lust. So, ein Raum noch mit Gegnern. Danke. Oh. Gut. Dann. Ab in den Shop. Kommen wir ja umsonst rein. Ach ne. Ah ja. Hat wirklich beides geöffnet. Sehr schön. Was macht denn eine 4? Hat glaube ich alles auf der Ebene einfach gewollt. Wir hatten das Ding auch aufgemacht. Da hätten wir vielleicht als erstes reingehen sollen. Aber okay. Ist nicht weiter wild. Au. Also alle Items auf der Ebene hatte 4 glaube ich gewollt. Weiß ich aber nicht. Weiß ich nicht genau. Ich weiß nur die 1 und 6, dass die meine Items rerollen. Und dass die 5 die Ebene neu startet. 2 und 5. 3 und 4. Was machen wir denn 3 und 4? Ach ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht Leute. Keine Ahnung. Hier. Noch mehr Geld. Ähm. Wollen wir das? Ja. Komm. Wir haben es. Wir haben es ja. Ähm. Bombe. Nö. Oder? Für eine Bombe kriegen wir natürlich ganz viel Geld da oben. Das heißt das lohnt sich an sich vielleicht doch. Jojo. Da haben wir noch ein Geld. Nein. Au. Was? Hä? Ich hab doch gar nichts berührt. Hä? Unlogisch. Was halten wir eigentlich in der Hand? Achso unser Sparschwein. Oh das ist süß. Wenn wir unser Sparschwein in der Hand halten. So. Da sind es 11 Münzen. Hier wären 7. Das heißt wir machen das da. Sehr schön. Und. Hier waren noch Herzen. Konnten wir nicht noch? Ne. Naja gut. Naja gut. Okay. Okay. Dann gehen wir jetzt zum Boss. Welcher Monstru ist? Hier bitteschön. Lemon Party. Lemon Party. Dogi Party. Dogi Dogi Dogi. Und Devil Deal. Nicht? Was? Naja. Speed und Damage ab. Ah. Ihr blöden Kackhäufchen. Machen unsere Begleiter auch mehr Schaden, wenn wir Damage abkriegen? Ich glaube nicht. Wir gehen hier auf jeden Fall nochmal. Wir haben Curse of the Maze. Dein Ernst? Ah. Ah. Wir könnten die Batterie kaufen und dann da nochmal reingehen. Aber das kostet 5 weitere. Ja egal. Egal machen wir. Da kann ja was Gutes drin sein. Ich hoffe nur, dass jetzt Curse of the Maze nicht wieder sowas doofes macht. Und? Bitte. Danke. Schön. Da ist doch bestimmt was Gutes drin. Naja. Immerhin eine Bombe. Und wenn wir nur gegen Monstru kämpfen müssen. Hey. Die sind glaube ich wirklich stärker geworden. Kann das sein? Wie viel Schaden machen wir denn? Drei. Weiß ich nicht. Aber die ziehen ja doch recht gut ab. Muss man sagen. Kann man eigentlich, wenn man jetzt hier drin ist, und den Schlüssel einsetzt, einfach wieder rausgehen, ohne die Gegner zu besiegen. Können wir da nicht ausprobieren. Das ist ja witzig. Du gehst einfach rein, setzt deinen komischen Schlüssel ein, um wieder rauszukommen. Ich meine, die öffnen ja die ganzen Räume. Also warum nicht auch in die andere Richtung? Los Fliege. Attacke. Die Fliege ist echt das Beste an den drei Typen hier. Das gute alte Wattenbaby. Hat sich das jetzt gelohnt? Was hatten wir bekommen? Ah, eine Bombe. Genau. Eine Bombe und ein paar bisschen Geld. Ein paar bisschen Geld. Wir haben auch volle Leben. Das heißt, wir können die nächste Ebene. Und wir haben immer noch unser Geburtstagsgut auf. Ich sollte ihn echt mal wieder rausnehmen. Aber stört ja nicht. So haben wir ihn ja auch nicht. Wir sehen ihn ja gar nicht. Nur wenn wir getroffen werden oder so. So, das lassen wir einfach mal unsere Fliege machen. Krass, die Fliege ist richtig stark. Los Fliege, Attacke. An sich brauchen wir echt nur die Fliege. So, und jetzt probieren wir das mal aus, ob wir das... Oh Gott. Wirklich machen. Ne, geht nicht. Schade. Ein Versuch war es wert. I can see forever. Juhu. Ja, aber echt gut, dass wir die Fliege haben. Sonst wäre das hier ein bisschen sehr nervig. Weil die auch so zeitversetzt schießen. Und auch an sich versetzt. Aber die Fliege macht echt guten Schaden. Und ich glaube, die Fliege wird ja auch stärker. Umso mehr Schaden wir machen, oder? Ja. Ich glaube, das war so, dass die Fliege den zweifachen oder dreifachen... ...schaden von einem selber gemacht hat. Irgend so was war das doch. So. Ach, wir sind unsere Herzen nicht. Wir haben wieder einen Curse. Curse of the... ...unknown. Okay. So lange ein Curse of the unknown nicht auch ist, dass wir unsere Items nicht sehen, ist... ...alles cool. Okay, dann wird Glück. Oh, das ist wirklich gut. Das ist doch dieses Blatt, dass wenn wir es haben und dann einfach still stehen bleiben... ...nicht mehr getroffen werden können, oder? Genau. Wenn wir stehen bleiben, dann kriegen wir diese andere Form. Bing. Und dann kriegen wir keinen Schaden mehr. Das ist in einigen Räumen bestimmt recht angenehm. Ja, gut. Und den jetzt nicht. Wir können trotzdem einfach mal stehen bleiben. Aha! Sie haben uns berührt, aber wir haben keinen Schaden bekommen. So läuft das hier. So, da ist noch der genommene Geheimraum mit zwei Schlüsseln. Okay. Oh Gott! Wow, wieso haben die uns nicht getroffen? Ich hab die gar nicht gesehen. Ich hab nicht gesehen, dass das diese Explosionsdinger sind. Aber wie lange müssen wir denn stehen bleiben, damit wir nicht getroffen werden? 21... Jo, eine Sekunde. Ja, ungefähr. Eine Sekunde stehen bleiben, damit man nicht getroffen wird. Okay. Aber das ist zum Beispiel in den Räumen gut. Was? Was haben wir da? Wir haben einen... Guckt mal unseren Schwanz an! Ach, wie cool! Oh, jetzt bin ich da fast reingelaufen, weil ich meinen Schwanz angeguckt hab. Meinen Schweif. Wir haben einfach so einen Waschbär-Schwanz. Das ist ja cool. Oh, Isaac ist süß. Mit seinem Waschbär-Schwanz. Wodurch haben wir das denn jetzt bekommen? Auch durch dieses Blatt? Okay. Ich kenn das Blatt eigentlich nur aus The Legend of Zelda. Achso, und ich hab hier... Man hat mal eben kurz gesehen. Vielleicht kommen die nochmal. Ich hab einige Spinnen ausgetauscht. Die sehen jetzt anders aus. Diese großen Spinnen. Die immer über die ganze Map hüpfen können. Die hab ich ausgetauscht. Gegen Frösche. Gegen blaue Frösche. Weil blaue Frösche lustig sind. So, wir haben genug Schlüssel. Wir gehen hier einfach mal so rein. Ohne unser Dead-Ski zu benutzen. Weil einfach so. Wir hätten zwar einen Schlüssel gespart, aber ist ja egal. So. Wir können den Boomerang holen. Dann hätten wir noch anderen Damage. Wenn der denn überhaupt Schaden macht. Wir probieren's mal aus. Oh, wir sind klein und süß. Pam. Macht der Schaden? Weiß das gar nicht. Pam. Warte. Ah, es friert die Gegner ein. Ja, nee. Oder? Geht das auch beim Boss? Das probieren wir kurz aus, bevor wir Dead-Ski hier wieder nehmen. Pau. Oh. Ach, das geht gar nicht so weit. Okay, dann. Dann nochmal. Zack. Ja, es geht auch beim Boss. Oh, wie geil. Okay, wollen wir den Boomerang mitnehmen statt den Schlüssel? Ich mein, wozu brauchen wir Dead-Ski? Brauchen wir eigentlich gar nicht. Gabby's Dingensbums. Ah, zwei Gabby's. Oh, nein. Okay. Okay. Gut, wir haben zwei Gabby-Items. Eins fehlt noch, dann sind wir Gabby. Ja, okay. Macht nix. Haben wir zwei Gabby-Items. Ist dann halt so. Jetzt frage ich mich nur, ob wir Dead-Ski mit dem sollten oder halt den Boomerang behalten. Komm, wir geben dir was. Vielleicht gibt's uns ja einen Lebens-Upgrade. Oder ein Schlüssel. Oder ein halbes Herz. Oder ein Schlüssel. Oder ein Lebens-Upgrade. Yay. Wir haben unseren Lebens-Upgrade doch noch bekommen. So, da oben wäre noch eine... Ja, nee. Ich hab Angst, dass ich mein... Nee, wir können unser Seelen jetzt gar nicht verlieren, weil das ja hinter den blauen... Äh, vor den blauen Herzen ist. Und da wir grad nur blaue Herzen haben an sich... Können wir auch mal hier reinschauen. Los, Boomerang! Los, Boomerang! Ja! Ja! Okay. Ja, der Boomerang ist aber eigentlich cool bei Bossen eigentlich. Und macht er euch auch Schaden? Äh. Wenn das auch bei Mutters Herz funktioniert, dann ist ja cool. So, da war eine Pille. Hier war noch irgendwo eine Pille. Range Down. Die können wir gleich wieder wegschmeißen. So. Ah. Gut, dass wir noch mal hier vorbeigeguckt haben. Boomerang-Attacke! Sehr schön. Guck, sonst hätten wir jetzt hier das Geld und die Bomben nicht bekommen. Kannst du es mal sehen. Und wir haben nicht mein Leben verloren. Gut, dann haben wir hier, glaube ich, alles. Aber wir nehmen, glaube ich, doch Dad's Key mit, oder? Ist vielleicht besser. Gehört halt auch zur Challenge dazu. Äh, ja. Wir nehmen Dad's Key mit. Damit können wir Sachen öffnen. So. Den Boss haben wir ja schon besiegt. Dann... Bye-bye. Ebene. Wir gehen in die nächste Ebene. Wir haben dich hinter uns gelassen. Und haben unser schönes Herz. Und vielleicht ein zweites... Äh, zweites Leben. Beziehungsweise so ein endlich Leben. Ist ja, glaube ich, eine 50-50-Chance. Bei dem D-Coil, bei dem Halsband. Bei Gabis Halsband. Dass man da... Hm. Dass man da wiederbelebt wird. Ach Gott. Können wir, wenn wir hier jetzt... Warte. Ah, okay. Die Türen gehen also auch auf. Die Türen hier gehen auf. Aber beim... Ach, hier ist sogar der Geheimraum. Okay, cool. Aber im Challenge-Raum geht das natürlich nicht auf. Okay. Das merken wir uns. Und suchen den Boss. Beziehungsweise den Shop erstmal, weil wir wieder genug Geld haben. Und wir haben nur ein Leben. Das heißt, wir können sogar in diesen Challenge-Raum hier rein. So. Und... Naja. Naja. Ich will hier wieder raus. Warte, können wir... Ja! Nein, er ist zu. Ach, schade. Oh, das finde ich jetzt schade. Hier, nimm die Bombe. Hier, nimm die Bombe. Loki? Ne. Oh Gott. Warum du? Warum nicht ich? Hä? Nein, Isaac hier unten wäre natürlich nicht so schön. Hier oben, meinte ich. Oben. Man geht ja mit Isaac nach unten. Ah, ja. Spring du mal und ziehst uns ein halbes Leben ab. Ist okay. Wir besiegen dich mit unseren... Mit unserer Familie. Seid ihr bereit? Team, Arbeit. Familie in Power. So. Würden wir jetzt noch das Dämon-Baby bekommen? Das wäre perfekt. Weil das schießt von alleine. Und dann könnten wir uns einfach hinstellen. Und unser Dämon-Baby die ganze... Aua. Arbeit machen lassen. Ohne, dass wir Leben verlieren können. Dann sind wir einfach in diesem Modus. Und das Dämon-Baby wird die ganze Zeit angreifen. Der ist ja richtig nice. Ach was, ich könnte sogar zur Seite werfen. Deswegen treffen die einen Dauern. Ach so. Oder wir finden halt irgendwelche Babys noch. Das wäre alles gut. Wir müssen unsere Familie erweitern. Um zu überleben. Oder wir wären einfach Gabi. Denn Gabis Fliegen werden ja auch gespawnt. Wenn man mit den Babys trifft. Das ist ja egal, wo der Schaden herkommt. Oh Gott. Bitte geht einfach weg. Komm. Wir gehen hier einfach mal rein. Was haben wir hier? Die Batterie. Ist ja interessant. Das ist ja höchst interessant. Äh. Ja, komm. Komm. Wir haben's. Wir nehmen das einfach mit. Euch lassen wir hier links liegen. Na. Ach. Jetzt habt ihr sogar meine Bombe noch weggemacht, ja? Arschlöcher. Ihr seid doof. Eine Münze. Und wir könnten nach einem super Geheimraum suchen an sich. Okay, hier ist er nicht. Aber wir können jetzt schon zum Boss gehen, ohne hier weiterzumachen. Aber diesen netten kleinen Scheißhaufen können wir natürlich nicht leben lassen. Dazu ist er viel zu glücklich. Und wir hassen alles, was glücklich ist. Weil wir nicht mehr sehen können. Und sein Glück nicht sehen können. Hä? Hier gibt es auf jeden Fall sie. Andererseits ist es gut, dass wir nicht sehen können. Weil dann sehen wir nicht das Herz, das auf unsere Stirn tätowiert worden ist. Und dann sehen wir auch nicht, dass unsere Familie einfach schon tot ist. Das ist eigentlich auch kein... Das ist gar nicht unsere Familie. Sondern die haben wir uns so ausgedacht. Ich hätte jetzt auch sagen können, das ist Manuel Neuer. Aber nee. Nee, nee. Sure. Was kriegen wir hier? Den Pushpin. Bringt uns gar nichts. Überhaupt nichts. Okay. Wir gucken kurz, wo der super Geheimraum ist. Hier nicht. Da. Gut. Ganz viele Pillen. Hey. Paralyse. Noch eine Paralyse. Cool. Äh. Amnesia. Wangedown. Überhaupt nichts Gutes dabei gewesen. Krass. Okay. Okay. Wir können unseren Schlüssel noch zweimal einsetzen. Strength. Oder bringt das doch was? Wir gucken mal. Verändert sich die... Die Schüsse von denen? Nö. Ja gut, dann brauchen wir das nicht. Der Pushpin macht vier... 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 Vier Schatz? Heißt nie so. Halt diese Schüsse, die durch... Alles durchgehen. So. Hier können wir halt mal reingucken. Für einen Schlüssel besiegen wir ja doch gerne die ganzen Gegner. Los fliege. Oh nein. Oh nein. Warum solche Gegner? Warum? Hätten nicht einfach irgendwas anderes kommen können? Explosionsfliegen oder sowas? Die sind wenigstens süß. Ihr seid weder süß, noch seid ihr irgendwie schwierig. Ihr seid einfach nur da und doof. Ja. Pididim. Ach, okay. Hallo, Krampus. Oh, wenn der jetzt seinen Kopf gibt, dann ist das gut. Dann würden wir nämlich mal Annahmingsschaden machen können. Wenn er uns aber die Kohle gibt, dann wäre das nicht gut. Die bringt uns nämlich überhaupt nichts. Gut, und er gibt uns natürlich die Kohle, die uns überhaupt nichts bringt. Aber gut, nehmen wir sie mit. Gut gemacht, Krampus. Danke für die Kohle. Na, da war eine Münze. Kein Geheimraum, oder doch? Nö. Na gut, den Raum machen wir aber auch nicht. Habe ich keine Lust zu. Hä, dann kann man ja einfach voll viele Räume überspringen. Habe ich auch keine Lust zu. Tschüss. Oh, Judas Zunge. Wenn wir jetzt Devil Deals bekommen, einen Devil Raum, dann kostet das nur noch Oh, die zwei. Was macht die zwei denn? Dann kostet das nur noch ein Herz weniger. Und das hat alles gerewoldet. Die zwei. Aber die Achso, wir hatten eine vier vorhin, ne? Hm. So. Schlüssel brauchen wir nicht. Das hat alles in Pillen verwandelt und der Schlüssel hat auch irgendwas gemacht. Ja, ich bin ganz schön gut in Sachen rausfinden, was sie machen. So. Die Fliege ist zu langsam. Die Fliege dreht sich einfach mit. Ping. Okay. So. Boss? Nein. Na gut, das ist aber trotzdem einfacher Raum. Den machen wir kurz. So. Au. Einfacher Raum und wir werden trotzdem getroffen. So kennt man mich. So ist das richtig. Bididim. Blauer Stein. Mein blauer Stein. Mein blaues Herz und meine Bombe. Oh, aber das Eisereck ist natürlich echt hart. Oh, jetzt müssen wir diesen Raum echt machen. Das ist ja öde. Das ist ja jetzt echt öde. Oh Gott. Hallo. Ich würde dich gerne töten. Lässt du dich töten? Dankeschön. Kriegen wir sogar noch einen Schlüssel und unser Geld können wir auch mitnehmen. Jetzt haben wir 16 Münzen. Wollen wir kurz in den Shop und uns die Pillen kaufen? Einfach so aus Jux und Laune? Okay. Machen wir ein extra Pill-Room. Jetzt können wir zwei Sachen auf einmal zweimal eignen. Okay. Okay. Gut. Ja. Habe ich nichts gegen? Woseitige Heimräume. Ich suche euch. Ich suche euch, bis ich euch gefunden habe. Und nichts kann mich daran hindern. Gar nichts. Außer Gegner, die mich töten könnten. Aber sonst nichts. Da ist er ja. Wir können da nicht reingehen. Weil blöde Gegner im Weg sind. Hä? Aber wenn wir jetzt den Schlüssel einsetzen, dann kommen wir da rein, bevor wir die Gegner getötet haben. Das ist ja merkwürdig, ne? Oh. Noch eine Icon-C-F- Okay. Wir haben einfach für drei Ebenen eine Icon-C-F-Ever-Pille. Passt schon. So. Hallo. War ja klar. War ja klar. Ich habe deinen Trick durchschaut. Ich wusste, dass da einer drinne ist. Okay. Was macht der? Trickle Charge? Nö. Wir nehmen lieber die Zunge mit. Obwohl die Zunge auch nicht so geil ist. Weil wir sowieso keine Lebens-Aquotes haben. Als Maggie wäre das cool. Ja. Au. Ah. Mein schwarzes Herz. Aber es sieht richtig süß aus wie wie einfach unser... Oh Gott. Wie wir unser Sparschwein halten. Und dann noch mit diesem Wacoon-Schweif, möchte ich immer sagen. Aber das ist ein Waschbär. Wacoon heißt Waschbär, glaube ich. So. Oh. und die Töne live. Naja gut. Sind wir schon. Ne, sind wir nicht. Wir sind noch eine Ebene vor. Mams Ebene. Das heißt, wir können hier einfach mal reingehen und den Fettwanz hier töten. Stirb, Fettwanz. Jo. Wahrscheinlich. Stirb. What the fuck? Okay. Das ist assig. Das ist ein ganz schön assiger Gegner. Oh, Fettwanz. Und dann macht er einfach zwei. Ist doch nicht dein Ernst. Und wir haben einfach... Genau. Okay, Fettwanz. Das ist mir zu blöd. Stirb an den Bomben. Stirb irgendwie an den Bomben. Irgendwie. Alter. Genau. Was ist denn falsch bei dem? Boah, wir sterben an Fettwanz. Fett, Fett. Was ist denn die Bombe trifft? Okay, gut. Okay. Da hat er uns gut mitgenommen. Lack ab und zwei Schlüssel. Dankeschön. Gut, jetzt brauchen wir... Oh, warte. Da ist der super Geheimraum. Ein paar Leben. Gut. Und ein Gabi-Item brauchen wir auch noch. Nur noch ein einziges. Das wäre schön. Jetzt haben wir beide Geheimräume. Die waren recht nah beieinander. Äh. Noch eine Icon-C-forever-Pille. Yo. Okay. Jetzt kriegen wir nur noch Icon-C-forever-Pillen. Wenn man die Eimer hat, dann kriegt man sie einfach immer wieder. So, springen wir das auch noch. Was bist du? Paralyse. Kriegen nur noch weiße Pillen. Oh, hi. Dankeschön. Traue guten Person. Ah, der Huf. Die Hufe. Die Hufe. Wir nehmen Speed-Up mit. Wir brauchen Judas Zunge nicht. So, sonst haben wir, glaube ich, alles außer diesen einen... Ach komm. Wir machen diesen Einraum auch noch. Wir brauchen eh schon viel zu lange für den Basswasch. Also. Können wir hier auch noch mal kurz gegen Mom kämpfen? Wenn sie denn mal kommt. Da. 1, 2. Und keine Schlägerei. Seid ihr bereit? Teamarbeit. Wir nehmen eine Abkürzung. Sir und Boss. Gut. Für Isaac wird das schwer. Ja. 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 Egal. Wir sind jetzt schon bei Mom. In der Mom-Ebene auf jeden Fall. Oh. Das wird noch ein langer Weg. Ein richtig langer Weg. Aber es lohnt sich für das Item, das wir freischalten. Lockpicking-Ding. Brauchen wir nicht. Wir haben genug Schlüssel. Wir können aber mal eine Pille einsetzen, damit wir die ganzen Geheimräume auch finden. So. Fliegi macht das schon. Richtig gut wäre, wenn wir halt Gabi werden würden. Das wäre perfekt. Und deswegen müssen wir eigentlich auch in diesen Stachelraum da rein. Weil da ja auch öfters mal Gabi-Gabi-Items drin sind. Au. So. Da können wir rein. Da gehen wir auch rein. Gegen Megamore. Kein Problem. Machen wir easy. Easy peasy. Oh Gott. Nee. 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 Ich verliere keine Leben an dir, Megamore. Ich nicht. Heute nicht. Monster Husk. Ja gut. Monster Husk. Geht ja noch. Das waren dann zwei einfache Bosse. An sich. Auf jeden Fall einfacher als dieser komische Fetty-Fett-Fett. Ich finde es gerade schade, dass wir diese andere Spinne nicht sehen. Dann wechsle ich die schon mal aus und dann kriegen wir die nicht mehr. Ist die echt so selten? Wir hatten die jetzt erst ein einziges Mal in diesem Wahn. Und das nur für eine Millisekunde oder so. Noch eine ICAN-C4-Ever. Gut. Wir haben einfach ICAN-C4-Ever-Pill fürs Leben. Bist du? Vier Hormone. Hier, liebt euch. Okay. ICAN-C4-Ever haben wir ja schon eingesetzt. Wir haben noch zwei weitere. Fliege. Hast du nicht gesehen, dass er offen war, hä? Jetzt hat sie es gesehen. Hey, Slot. Kriegen wir vielleicht wieder ein Item. Das wäre doch recht nice. So ein Item. Ich mag Items. Ich liebe Items. Oh, sogar ein Item, mit dem wir Schaden machen können. Deswegen nehmen wir es mit. So, wir brauchen den Key eigentlich nicht mehr. Ich wüsste nicht für was. Wir haben genug Schlüssel für alles. Wir wollen nicht zum Mega-Satan. Und... Wir haben ICAN-C4-Ever-Pillen. Amnesia? Nee. Nee, also, also, nee. Also, Amnesia würde ich nicht gern haben. Nee. Nee, also, also, nee. Also, wirklich nicht. So, aber, bobs. Hier, Dingsbums ist ganz gut. Dann können wir wenigstens irgendwie Schaden machen. So, wollen wir da ran. Da wäre eine Bombe drin. Ich will die Bombe haben. Gib mir die Bombe. Ich habe Angst, dass da gleich eine Fliege wieder rauskommt. Und dann verlieren wir wieder Leben. Also, Abstand halten. Oh, da kam ja tatsächlich eine Fliege raus. Und letzte Münze. Naja, gut. Immerhin noch zwei Bomben bekommen. Das ist schön. Oh Gott. Geht weg. Toll. Ach, ihr seid doch nervig. Ihr seid echt eine der nervigsten Gegner überhaupt in diesem Spiel. Vor allem, wenn ihr euch umdreht. Und euch nicht entscheiden könnt, wo ihr lang wollt. Dann neigt man dazu, immer in die Reihen zu laufen. So, wir haben zwar kein Geld. Wir schauen hier trotzdem mal rein. Ein Anti-Curse. Eine Anti-Curse-Kerze. Schwarze Magie ist das. Können wir uns leider nicht leisten. Da wir eben unser ganzes Geld verbrasselt haben. Können wir hier mal und da mal. Wow. Ganz viele neue Gegner. Das haben wir ganz schön schlau gemacht. Hui. Noch mehr neue Gegner. Das Feuer wird uns eh gleich treffen. Ich kenn dich doch, Feuer. Du willst mich wieder treffen. Überall Schüsse. Haben wir uns ganz viele neue schöne Gegner gemacht. Das freut ich. Das freut mich. So, kommt mal hier runter. Die wollen nicht. Dann machen wir das so. So, jetzt nur noch die Gegner, die wir selber gemacht haben. Die besiegen wir einfach mit den Fliegen. So. Wenn die Fliege denn mal schneller dahin fliegen würde. Danke. Danke. Und... Danke. Okay. Noch eine Fliege bitte. Danke, Rottenbaby. Ah. Kommen da tatsächlich noch weitere Fliegen raus. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ein Six Head. Ja, cool. Der schießt, glaube ich, auch mit. Ja, cool. Noch ein Begleiter. Haben wir noch einen gerettet. Wenigstens noch ein Typ, der mitschießt. Und das wäre Marm. Wollen wir da jetzt schon hin? Wir gehen erst noch in den Stachelraum, würde ich sagen. Erstmal in den Stachelraum, damit wir noch ein Leben weniger haben. Und Leben weniger ist an sich ja nichts Schlechtes. Ne, aber da könnte halt ein Gabi-Item drinne sein. Und ein Gabi-Item möchte ich nicht missen wollen. Oder halt blaue Herzen. Mal hin. Gut, das hat sich gelohnt. Kommen wir hier irgendwie anders raus? Ne. Gut. Fünf Münzen. Können wir uns so fünf Münzen irgendwas kaufen im Shop? Ab in den Shop. Wir gehen in den Shop. In den Shop mit uns. Ab in den Shop. Wo ist er? Hier. Äh, ne. Wir könnten uns die Batterie kaufen. Das war nur Pheromone oder sowas. Äh, ja. So. Dann können wir übrigens unseren Kopf zweimal einsetzen. Und wir können uns jetzt einfach schnell nochmal rauskommen. Den haben wir doch schon dabei. Mal zwei. So, ich glaube, wenn sie nochmal rauskommt, setze ich einfach Lemon Party ein. Ich hoffe, sie kommt jetzt einfach schnell nochmal raus. Danke. Nicht? Wow. Unsere Lemon Party hat uns einfach überhaupt nichts gebracht. So, überhaupt nichts. Und wir machen irgendwie gerade nur Schaden mit unserem Fliegen. So. Dein Ernst? Das war gut. Daran stirbt sie jetzt hoffentlich. Das Ding nervt mich gerade. Au. Gut. Wir werden natürlich das Polaroid mitnehmen. Ich weiß nicht mal was. Hat das Polaroid noch einen Zweck? Ist das genauso wie beim alten Isaac? Guck mal. Teufelsraum. Der Devil Deal. Was ist das eine Buch da? Das zwei kostet. Was ist das für ein Buch? Ah, wir haben schon zu wenig Leben. Na, ob sich das lohnt, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht. Aber wir werden ja vielleicht wiedergeboren mit einem halben Leben. Ganzem Leben. Was auch immer Leben. So. Jetzt haben wir hier den Salat. Schade, dass wir das... Oh nein. Dämonenbaby nicht bekommen haben. Oder die Bibel. Oder mal ein weiteres Leben. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Geh mal weg, du Kiste. Ach, Loki. Ich glaub nicht, dass wir diese Challenge schaffen. Was meinst du, Loki? Wenn du das auch so siehst, dann jump noch dreimal, bevor ich dich töte. Eins. Okay. Er sieht's nicht so. Er denkt, wir schaffen das. Was? 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 Ich bin wiederbelebt mit einem halben Herzen. Oh. 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 Hinterlassen die eine Spur? Nee. Und wir sind nicht Gabi. Ich find das alles doof hier. Alles doof. Dieses Spiel mobbt mich. Oh. Wealth of Wealth. Pam. 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 Wieso schießt nur einer? Hä? Wieso hat eben nur einer geschossen? Schießen die erst, wenn man sich bewegt? Oder wenn man nah genug dran ist? Nee. Hä? Hö? Das war komisch. Oh Gott, wir treffen uns doch auf jeden Fall. Okay. Dann halt nicht. Ja, wir müssen bis zu Isaac kommen. Mutters Herz langt ja nicht mal. Wir müssen einfach bis zu Isaac kommen. Und den besiegen. Um diese Challenge zu schaffen. Aber das find ich gut. Dann kriegt man dieses OP-Item wenigstens nicht sofort. Da ist ein blauer Stein. Den holen wir uns. Mit der Rock drin. Yay. Den haben wir in der letzten Folge freigeschalten. Das sollten unsere Fliegen wenigstens wieder ein bisschen stärker sein. Sollten wir wieder erwarten. Oh Gott. Ach, wir kriegen ein Schild. Ja, okay, cool. Das Polaroid hat also doch noch diesen Schild. Das ist schön. Dann hat das negativ bestimmt auch irgendeinen Effekt. Dass es irgendwie ein schwarzes Herz gibt oder so. Weiß ich nicht. Oh Gott. Oh Gott. Sterb. Fliege. Bitte. Attackier ihn. Wir müssen Gabi werden. Sonst haben wir überhaupt keine Chance. Ich hab Angst vor diesen Herzen. Das glaubt ihr gar nicht. Die roten Herzen bringen uns leider auch überhaupt nichts. Der Lucky Food, der bringt uns auch nichts. Wir haben echt einfach dran vorbeigeschossen, ja? Oh nie. Wie uncool. Geht doch alle weg. Ich will keine Leben verlieren. Ich hatte schon Glück, dass ich überhaupt einmal wiederbelebt worden bin. Lemon Party, okay. Das könnte nützlich sein. Kann ich mal bitte Herzen droppen? Irgendwo Herzen? Nein. Nein? Wieso nicht? Finde ich nicht so nett. Ich hatte Angst. Tut mir leid. Ich musste die Lemon Party einsetzen. So. Bitte nicht treffen. Vielen Dank. Vielen Dank. So. Bitte sei was Gutes. Ja. Ist okay. Ein Herz. Child's Heart. Danke. Aha. Der Code-Haufen ist auch ganz cool. Nimm ich jetzt aber nicht mit. Bringt mir nämlich nichts. Wedge Patch bringt mir auch nichts. Krebs. Bringt mir auch nichts. Bringt mir alles nichts. Bringt mir einfach alles nichts. Gut. Wir haben zwei Leben. Wollen wir damit? Ja, komm. Gerdie. Zweimal Gerdie. Natürlich. Natürlich. Was sonst? Warum nicht zweimal Gerdie? Ich meine, zweimal Gerdie ist ja nicht schlimm. Kriegen wir locker hin. Ja, wenn ein Gerdie tot ist, dann kriegen wir es hin. Aber nicht, wenn beide noch leben. Okay. So. Den sollten wir schaffen. Okay. Er kann weiter angreifen als wir. Das ist ein bisschen assig. Aber wenn wir gut ausweichen, kriegen wir das hin. Komm schon, Gerdie. Komm schon. Stirb. Oh Gott, das war knapp. Das war richtig knapp. Nein, nein, nein. Oh, bitte, bitte, bitte. Lass mich wieder. Nein. Er war schon tot. Oh, ich hasse die Challenges. Die sind ja richtig schlimm. Vor allem diese Challenge war schlimm. Krass. Und wir wurden nicht wiederbelebt. Und da besiegen wir Gerdie schon mit nur einem blöden Herz. Und dann bringt es uns nix. Ich hätte aber gern das Ding, das wir da bekommen. Das ist endlich mal ein gutes Item. Aber klar, dann ist das ja auch ein bisschen schwer. Der Familienmann. Ja, ja. Nicht hinbekommen. Aber wir sind ein Golden God. Das kann gar nichts mehr aufhalten. Wir sind ein Golden God. Tja. Aber der Epic Feetus wäre halt schon geil gewesen. Wäre halt schon fresh. Naja. Kann man nix dran ändern. Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, wir kriegen das dann beim nächsten Mal hin. Ich weiß nicht, ob ich beim nächsten Mal die Challenge nochmal mache. Oder ob ich was anderes mache. Schauen wir mal. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.